Danke, Mensch! Es ist für kurz das in aller Kaserne gespielt. Es hat uns total beflügelt. Ich meine es jetzt aber den großen Unterschied zwischen einem deutschen Wehrdienst und einem österreichischen Wehrdienst erklären. Bei uns wird weniger gekämpft, sondern mehr gesoffen. Und der Unterschied zwischen Doppler und Poppler, die gibt es nicht. Vor Paper im Plapulten kann man das ganz aufnuchen. Ich sage, ich hab dir nicht mehr als Erklung. Ich kann es nicht mehr als Erklung sein. Ich habe ein dato, das wir in unsere Hohen possibile haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020